Aufnahme, so, Aufnahme. Wir sollen ein Scheiß-Schild treffen, Alter. Hi, hi! Ich lad das hoch, es ist scheißegal. So, wir spielen gerade 2 gegen 1. Oh, nein! So, jetzt reicht's mir, Alter. Und der Ich-Besack ist krasser Ficker, ey. Jetzt reicht's mir, Mann. Was ist das überhaupt für ein behindertes Spiel, wo man ein Scheiß-Straßenschild spielt? Alter, das hab ich heute noch nie gehört in meinem Leben. Ey, nehmt wer von euch beiden auch noch auf? Ja, ich nehm auch gerade auf. Ja, komm, komm. Werdi, dann nehm auch noch mal auf. Ich nehm jetzt auf, ist gut. Ich nehm ab jetzt auf, Mann. Wie gesagt, das ist einfach ne random Aufnahme, mein Gott. Das ist richtiger Bullshit, Alter. Tolle Scheiße, Mann. Noch immer am Start mit Pupers und bloß OP. Ja, richtig. Ich hab überhaupt keinen Plan von Schurz noch. Oh mein Gott! Hallo, 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 hallo! Alter, der Penner. Ich find das richtig behindertes Spiel, wo man irgendein Scheiß-Straßenfahrer oder sowas spielt. Alter, das ist so... Du... Der ist so ein Automat, Alter! Boah, da... Da reicht irgendein Scheiß-Automat rum, Mann. Den... Junge, Mann. Ich bin natürlich der Penner mit der Knarre, der... Kann ich Leitern... Alter, ich kann Leitern hochgehen! Du bist grad an mir vorbeigelaufen, Merlin. Alter, so ein... Alter, meine Backen tun so weh wegen dem Lachen, ne? Das ist, als ob ich mir in den Kopf in irgendeine Heilpflanze rein-cheat oder sowas, Mann. Hallo, guck mal hinter dich! Hallo, guck mal hinter dich! Ich pein' dir überhaupt nicht mehr, Mann. Ich pein' dir überhaupt nicht mehr, Mann. Wie kommt der Automat aus, erzähl'r? Hat bei dir auch so'n kleines Ziel, gell? Junge, ey, halt die Fresse. Erstens, ich hab was getrunken. Zweitens, ich... ich spiel' nie! Wirklich nie Shooter. Wir haben alle was getrunken. Und du hast dir noch die ganze Zeit gewünscht, mal jemand zu sein, der... Objekte abschießen kann, der... Man braucht... Man braucht... Man braucht mehr Raffinesse, um irgendwas zu treffen, als nur als scheiß Automat durch die Gegend zu gleiten, Alter. Ich lauf' dir nämlich... Ihr sag' einfach die ganze Zeit hinterher. Ich bin so stolz auf dich. Alter, Jungens, ihr seid wichsam, Mann. Hab' ich euch das schon mal gesagt? Guck' doch mal hinter dir, Alter. Ich lauf' dir die ganze Zeit hinterher. Ich bin die ganze Zeit... Ey, ich lauf' die ganze Zeit hinter dich, um's meinen Luder aus Grammatik zu sagen. Okay, ich bleib' mal stehen. Alter... Alter, Jungs! Ich spiel' nie in mein Leben Shooter. Hört mal auf, so dreckig zu lachen, Alter. Wie oft du das jetzt schon gesagt hast, in der Aufnahme. Ja, ey, stimmt ja auch, Mann. Das soll'n der Schaber nach dir... Aber warte mal, ich füg' mal ganz kurz... Du kannst mich mal ganz kurz abballern. Ich füg' mal den Koga-LP wieder hier hinzu. Ja... Hallo! Junge! Ja, wir nehm' die ganze Zeit schon auf. Hallo, Freunde! Aber es ist doch scheiße, Alter. Ja, warte mal, ich lade dich mal ganz kurz ein. Äh... Du, Shura ist gerade abgehauen. Aber ich sollte dich unbedingt abonnieren, weil der echt ne geile Sau ist. Ja, richtig. Also... Der ist richtig geil. Bei mir steht da, dass er noch Counter-Strike spielt. Also ich... Einfach, was weiß ich, falls jetzt einfach, solange wir Bock haben, jetzt einfach auf, würde ich mal sagen, ne? Ja, ja. Und schneid' das dann einfach zusammen oder so. Aber ich check gar nicht, was... Was der Sinn hier sein soll, irgendein Gegenstand zu spielen. Und den hab, du Kleiner! Alter! Wie du einfach so erfolgreich an mir vorbeigerannt bist. Ja, was soll ich wissen, dass du ein Scheiß, äh... Ich war nicht dran. ...hydrant bist, Alter! Ich mein', es ist ja jetzt kein allzu alltägliches Spielkonzept, als Hydrant durch die Straßen zu flitzen, Alter. Wie lange nehmt ihr schon auf? Äh, 5 Minuten oder so. Keine Ahnung. Ich bin keine Ahnung, Alter. Wir werden ihn einfach so krass trollen, einfach nur. Junge. Ich geh mal, Alter. Du nutzt mein Defizit, dass ich keine Shooter spiel, eiskalt aus, Mann. Ey, guck mal, ich... Nein! Da hat er mich erwischt, der Huhn! Ja, das kommt davon... Ich meine, er hat ja bis jetzt jede Runde gewonnen, so ist nicht, aber er beschwert sich trotzdem, ne? Ja, das liegt einfach nur daran, dass ihr nicht schießen könnt oder irgend sowas. Ne, das liegt daran, dass wir behindert rumhüpfen. Ja, das ist auch das Einzige, was ihr in eurer, äh... Als, äh, als, äh, das... Unlaft. Vielleicht wegen der Mann. Ey, die scheiß Mucke da, Alter. So, 3, 2, 1. Kann ich nicht hochladen, wenn da Musik kommt, weil... So, jetzt, äh, bin ich auch mit dabei in der Aufnahme. Ja, 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 ja. Hallo Koga LP, hallo Tim. Ja, ähm, ich, ich muss kurz dazu sagen, ich zocke hier mit dem Blues, Let's Play. Ah. Will ich kurz begrüßen, bitte? Pugnaz. Pugnax. Pugnax. Den Pugnazi. Oh, ich hab Nackes an. IchBisack, äh, alle in der Beschreibung verlinkt und ich bin ja so ein Typ, der auf dem Boden liegt, Alter, das ist total bescheuert. Und IchBisack ist der Typ, der sinnlos mit dem Messer durch die Gegend sticht. Aaaaaaaaah. Wie schafft ihr es mich auszusch... Wir haben dich getötet Warte mal, ich versuch mal deinem Team zu joinen Vielleicht ist es da ein bisschen... Scheiße, ich bin ein Gabelstapler Scheiße, ich bin ein Gabelstapler Ja, das können wir gleich spielen auf jeden Fall Lass uns hier noch ein paar... Alter, wer ist hier so ein fucking Gabelstapler? Ich bin dieser Gabelstapler Sind wir irgendwie beschüsse Gegendände, Alter? Du hast das ganze Spielprinzip immer noch nicht verstanden Nein! Ja, man muss die als Gegenstand verstecken Aber was ist... Das ist doch behilflich, Alter Wie geil ist das denn, bitte? Und das Geilste ist, dass du einfach überhaupt nichts trafst Das ist so angenehm Ja, ja, Jungen Wenn ihr einfach mal so... Mal mitklicken, mal da drauf Und dann erwartet, dass ich gleich alles peile Ey, ich freue mich echt auf die Aufnahmen auf YouTube Und auf die Reaktion auf jeden Fall auf YouTube, Alter Das ist doch genial, Alter Ja, ihr könnt's genial nennen und blöd rumlabern Aber das hat nichts an der Tatsache, dass ich noch nie gezockt hab Ich mein... Das ist doch gerade wunderschön, dass du das noch nie gezockt hast, Alter Sollst du die töten wollen Alter, wir laufen einfach so dritt voll Komm, ich bleib mal stehen Nein, bleib ich nicht Scheiß die Wandern, Alter Das ist einfach nur genial, Alter Das ist viel zu göttlich Ja, ja, ja Jungens, ihr seid auf dünnen Malen Nein! Scheiße! Ey, ja Ey, ich sag ja, du stellst dich die ganze Zeit auf dumm, aber er schießt uns die ganze Zeit So doof bist du gar nicht ein Shooter Mir ist schon klar Nein, Alter Mir ist schon klar, dass ihr Gegenstände seid, euch dadurch verstecken muss Und dass ich's trotzdem schaffen muss, euch abzuknallen, aber... Ey, wisst gar nicht, Alter Meine Wangen tun schon die ganze Zeit so scheiße weh von diesen Dauergrinsen Ja, das kann ja nicht das einzigste Spielprinzip sein, oder? Doch, doch Genau so funktioniert das Und dann verarscht dich richtig übel Ja Wenn ihr meine Aufnahme sehen könntet Dennoch Dennoch Das heißt, ich seh nicht, was du bist Ey, komm mal wieder zurück, ich bin da, wo du hergekommen bist Vielleicht findest du mich dann Damit verstehen Ich bin ziemlich auffällig Ja, aber das Ding ist, wenn ihr euch nicht bewegt, dann könnt ihr noch so auffällig sein Auffällig, auffällig sein Auffällig Ja, da würd ich mal sagen, äh, Merlin, dann auf jeden Fall wechsel mal Äh, gleich, wenn das zu Ende ist, in den Dingsens-Modus, in den, äh, Antiterroristen-Modus Und dann wechsel ich währenddessen in den Terroristen-Modus, dass ich euch mal suche Ja, dass, dass ich mich von dir abknallen lassen darf, he? Ja, richtig Ja, oder ihr beide knallt zusammen vorgab und ich ab Ah Also sprich, ich darf dich weiterhin trollen, das find ich übrigens übel sweet von dir Ja, was heißt da trollen? Ich weiß ja schon Dann geh ich auf Antiterror Also gut So, dann nehmen wir, was, was weiß ich Unentschieden, geile Scheiße Ja, weil jetzt, jetzt suche ich nämlich die Leute, trollt mich mal bitte hart Ja, ich find ich wieder so Ich werd jetzt versuchen Alter Ich hab grade schwarzen Bildschirm halt, äh, wie normal halt Und ich, wie gesagt, diesmal kannst du dich auch vor mir verstecken Sprich, du bist nicht mehr so hart sehr gearscht im gewissen Sinne Das haben wir doch vorhin schon gezockt, man, dass ich irgendein Teil bin Alter, zieh euch mal rein, wie ich denn trolle Ja, du trollst richtig hart Aber was heißt trollen? Ach, scheiße! Nein, ich sei tot, der Hurensohn Ach, verdammt, das hat nicht so gut geklappt Ja, ey, das bringt's echt nicht, wenn man sich direkt hinter dem Typen versteckt Weil, wie gesagt, ich kann Shooter ein bisschen spielen, weil ich hab Left 4 Dead zum Beispiel Ich hab keinen Plan, ob ihr drei das kennt Hab ich schon ungefähr 250 Spielstunden und ich bin halt einfach ein Pro in Left 4 Dead Ja, also ist halt richtig dumm, wenn man... Oh, da ist eigentlich ein Wiesack auch tot Jungens, euch ist hoffentlich klar Da ist der Hurensohn! Ich zock vielleicht an einem Tag von zwei Jahren irgendein Shooter, wann? Ja, aber das machst du ganz schön schlecht dafür Äh, naja Fakt ist, das einzige Mal, wenn ich übe zu schießen, dann in Skyrim oder Gothic 3 The Gothic 3 und Skyrim sind ja voll die Ego-Shooter Ja? Ey, wozu fick bist du, Aaron? Ich flieg hier grad durch die Welt, man Ja, stimmt, weil nur noch der Aaron liebt, nämlich Oh, oh, Steve, du bist so blöd Ey, wozu fick bist du? Steve ist so blöd Steve ist so... Moment Moment Autsch Weil ich versuch nämlich die ganze Zeit so einen kleinen Pfeiler zu finden, der sich bewegt Steve ist so blöd Steve ist so blöd Komm an den Herrn zum Grupp, bitte Steve ist so blöd Jetzt versucht er wieder auf seine Ukulele so ein Meisterwerk herzuschaffen Ja, das, was er vorhin auch geschafft hat Easy peasy, Nigga Ähm, sag mal, wo bist du denn jetzt hin, Alter? Du warst eben noch hinter mir Ach, da bist du ja Ja, da hinten läufst du die ganze Zeit her, also als kleiner Penis, Alter Ja, das ist genau mein Style, der kleine Penis-Style Ja, du hast ja auch einen kleinen Penis Aber deinem Arsch hatte gefallen Oh, ja Alter Ey, sowas braucht ihr in dem Let's Play echt, also Niveau in dem Let's Play gibt es auf jeden Fall gar nicht Also, homoerotik ist schon echt wichtig, denke ich Ja, auf jeden Fall Alles andere wäre echt sexistisch Ja, ja Richtig Und das wollte man hier drinnen überhaupt nicht haben, würde ich mal sagen Ja, das sind so Dinge, die kann ich echt gar nicht ab Nee Ich mein, ich bin jemand, ich hab auch Tolerant gegenüber Intoleranten, aber irgendwann wird auch ein Mars überschritten, denke ich Und... Alter Es gibt einfach Dinge, die... Alter, da ist der kleine Hydrant, der Penis Nein, ich muss nachladen Du Hurensohn, Alter Wie ein Hydrant auf so ne fucking Leiter hochcrawlen kann, ne Das ist... Nein, fuck